Also mein Leben hat es verändert? Mein Leben hat es auch verändert. Die Ausbildung zum Hygiositäraport war wirklich sehr spannend. Richtig frisch, total motivierend und wir haben sehr, sehr viel gelernt. Es ging sehr tief und auch sehr in die Breite und ich denke, mit den Tudeln kann ich sehr viel anfangen für mein zukünftiges Leben. Ich kann es jedem empfehlen. Ich bin super glücklich, hier gewesen zu sein. Vielen Dank für alles. Dem stimme ich voll bei. Danke für alles. Vielen Dank. Vielen Dank.